so hallo zusammen heute wollte ich euch einfach mal unseren endlosbandfilter vorstellen und zwar unseren hf 200 hier vorne zu erkennen das modell in der filter vorbereitung der hintere ist fertig für den versand und hier gut zu erkennen dieser ebf hat keine bio kammer intern wie die oder wie unsere anderen modelle hier sieht man das gute stück jetzt geht einfach mal um zu gut zu erkennen die dn 250 rückläufe jetzt schauen wir mal ins innere hier haben wir die enorme freie fläche ist auch hier gut zu erkennen denn unser düsenstock hier vorhanden ist wir arbeiten mit einem abschälverfahren und das ganz entspannt schon seit 2012 in dem ebf ist leider kein platz mehr für die druckpumpe die sonst bei allen modellen der proline serie innenliegend ist diese wird außerhalb montiert da sieht man den anschluss im gewinde darüber ist die bandjustierung und der 110er schmutz auslauf so jetzt gehen wir mal hier um zu der filter besitzt natürlich eine uvc abschaltung dann hier gut zu erkennen unsere uvc doppelhalterung die wir hier positionieren können so jetzt schauen wir noch mal von vorne warum nennen wir diesen filter unseren giganten ja schwer zu erkennen aber diese riesen freie fläche bedeutet ein nettovolumen ist hier möglich von circa 200 kubikmeter die stunde ohne probleme möglich dieses nette rot schwarze ding ist unser frequenzumrichter der oder hier können wir anfallrampen mit gestalten das bedeutet wir haben diesen filter nicht nur in der koi und schwimmteichszenen im einsatz sondern ganz speziell in der aquakultur wird dieser genutzt und in der industrie daher braucht man anfallrampen um gewisse stärken zu verteilen im drehmoment und so weiter weil durch dieses enorme wasservolumen was wir hiermit bezwecken können ist schon gigantisch so hier noch mal das gute stück der hf 200 fertig für den versand und ja was soll ich sagen auf geht's zur arbeit